Vielleicht erinnert ihr euch aber auch noch, weil gerade beim Buzzer-Spielen macht es mich wahnsinnig, wenn man dann so einen Mühe zu spät ist. Oh, schrecklich. Oh, ich hasse Buzzers. Meiner hat auch nicht richtig funktioniert, kann nicht sein. Ja. Da bin ich mir ganz sicher, dass ich so das war. Haben wir absichtlich gehabt. Ich saß ja auch am weitesten weg von deinem Platz. Also mein Kabel ist am längsten bis zu dir. Ich mag den Gedankengang. Es gibt tatsächlich aber auch noch die Situation, dass man dann einfach in die Wand tritt. Oder in die Wand schlägt. Oder schlägt. Mit der Faust rein. Mit der Faust zum Teil. Auch das. Wer war das? Wir haben ein Best-of zusammengestellt aus all den Löchern, die mittlerweile in unseren Kulissen sind. Das ist Palina. Hat er echt kaputt gemeint, ne? Shit! Oh nein! Oh nein! Auf Kill Bill! Oh! Da ist ein Loch drin! Hast du ein Loch reingekickt? Der hat ein Loch da reingehauen! Ja, das erinnert wirklich an Jürgen Gliedsmann, unser Treppertoni. Muss man ganz ehrlich sagen, da muss man sein Temperament im Griff haben. Ich möchte sagen, die Wand ist kaputt, aber mein Fuß tut auch sehr weh. Olli, das ist falsch. Sterbe! Nein! Es ist alles gut, es ist alles gut. Ich wollte noch, das eine Loch, das war so allein. Scheiß, Fari, kannst du uns ganz kurz erklären, was da passiert ist? Das war ich nicht. Du weißt, das war schon, das war ich und das ist auch okay, weil das ist mein Studio. Das war er, nein, doch, das sieht man doch am Fuß, das sieht man doch am Fuß. Mann, King of Queens. Das kann doch nicht sein. Mann, ich bin so schnell wie ein Sprügel. Hast du mein Ding schon kaputt gemacht? Ja, hab ich. Ich hab auch schon da zwei Löcher reingetreten, immer bei diesen schnellen Barsam-Scheißrunden. Joko. Leute. Oh. Könnt ihr einen Bilderrahmen bitte drum machen? Ja, ich kann einen Bilderrahmen drum machen. Wir haben eine Ahnengalerie. Sido hat sich verewigt gerade. Er war sehr sauer, könnt ihr hinschreiben. War sehr sauer. Das war vorsätzlich. Das war richtig vorsätzlich. Ich bin auch sauer. Bei dir hat man richtig das Gefühl gehabt, du hast dich kaum noch halten können. Ja, ich war so sauer. So sauer. Weiß ich nicht. Da will man sich nicht vorstellen. Ich hab dann mit Nureen geguckt und dachte, okay, warte mal. Also spätestens beim letzten machst du da auch noch rein. Da willst du auch verewigt sein. Das war einfach so ein I was here. Ja. Beim ersten Mal war ich wirklich überrascht, weil ich hatte nicht gedacht, dass das so pappmaschig ist, was wir da gebaut haben. Wann immer ihr noch mal Gast sein solltet in der Sendung, bitte nutzt die Kulissen auch, um euch hier zu verewigen. Das war's willet. Das war's willet. Das war's willet. Da teeth lücken. TWITZING DIN